Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Runde Let's Play World of Tanks Im FCM Park und mit Eddie und seinem Blutpanzer Der ist voll OP nämlich Näääääh Nicht so daraus gehen wir in Fimberfahrer und wir kommen hier nur in Dreiecke fest Ich seh's Deswegen is die gericht ich bin nicht deutsch ich folge ihnen mein führer schön das ging es so süß man hat wenn man alles ist das sächsisch ich mache dich ich dachte der Platz nicht für Sachsen ist wenn sie nicht für Sachsen zumindest nicht für Sachsen die Eduardo heißen da ist gar kein Lemmingtrain gar nicht was bin ich das ist gar kein Lemmingtrain gar nicht kaum alle stellen sich oben hin sauber mit der Elfmann ohne Witzes das ist nicht mehr witzig was ist das ist das ist traurig das ist einfach nur noch traurig achja xd ja ich finde es wirklich traurig ehrlich gesagt nicht witzig pz 34 pz 34 und der Armour ist verabschied ja der war schnell kaputt dass mich mal die tippen dass ich mir die tippe tötet und ich will mal diese die hallo mit euren noch haben habe ich noch nicht wie viel muss ich jetzt zerstören zwei oder drei empfehlen kommen hier kommt mal ran wo ich mach ihn weg ich mach ihn weg ich mach ihn weg cruiser sieht man nicht ne at2 daneben sieht man auch nicht abgeprallt natürlich also wieder abgeprallt aber auch koppeln benutzen äh guck mal unsere basis dass er somit er so leid drin so also bahnloch ansonsten ich meine ich will die hallo medaille ich will ich will die kommen wir dahin irgendwo dahinten müssen und empfiehren denn das dort erst dann habe ich getötet jetzt noch drei runden und dann nur fahrt ich weiß nicht was soll ich hinfahren ist die frage wo ist der kv1 man von hier vorne die sind unten bei der küste da ist wieder nichts war das ist der kv1 ist eigentlich der kv1 die ganze zeit habe ich doch gerade gesagt wusste in your anus ram ja die den at2 machst du mal eben weg oder nicht den was ich jetzt ram den at2 im pack tritt sich schneller als ich fahre was im 17 ne ich frage keinen morde mehr eigentlich so eine pissmeere mann superpanzer was bringt der spaßt nicht was soll denn das wo soll es da hinfahren zum at2 und der hat da eigentlich auch recht sind auf jeden fall ja eigentlich stimmt das schon die schlatter kommen wir durch ich komme nicht mal an der luke durch mit ap auf jeden schießen da da ich muss ihn töten na alter ist dein ernst ohne witz ich bin trotzdem stahlrand ja aber ich wollte die hallonenmedaille ja wie fast jeder at2 ich wollte mir da hier haben er hat mich hat immer stahl und bekommen wir haben 2 er hat die dann bekommen nur noch kv1 natürlich wofür die denn bekommen wenn die extremen mitgemacht heil das übertrieben ja ich weiß was du witzig fand dass wir das alle gekämpft haben auf einer stelle die so von äh die so 76 aber echt die war schon gut ja gut wir sind beim nächsten gefecht bis gleich und die nächste runde im churchill 3 und die 14 und dem stück drei weil diese schlau waren sich im präger kann sein kauptet den einfach nicht mehr spielt was natürlich aus und ram fährt sein viel zu häufig ihr dürft halt auch reden ich habe ich zu tode geflämt die übliche formation mein panzer ist ein schiff so 85 natürlich ist eine sechser gewicht erwischt geht besser also schon über die leckstand bild stand bild stand für die stehen bleiben es geht an bilden fahrer fahrer wo der fahrer vor vor allem ich habe mich gerade an ob das so hinterland gefahren wir halten es alle an dem scheiß steward auf und machen wir hier ich komme an dem durch am steward ich hab solche spotter die kommen einfach immer durch nix da ramm vk kohlen wenn das morgen vk der karl durch seine front schießen alter schießt mir die tüte weg wo der durchkommt bei mir schon als ja der hat eine 88 aber natürlich über die durch aber auch solchen winkel sind locker abprallen müssen die art hält ja auch rein nur so nebenbei der überlebt es nicht schön ich mache damit ich habe jetzt ohne ansätze 2,2 sekunden haben die art mag ich nicht habe ich ein gefühl er drückt ich ins wasser glaube ich abgeprallt noch mal abgeprallt alter die hütte davor steht eigentlich zum teil also zum teil ist immer gut ja der dachte halt er kann ich mir einfach kurz waschen aber nicht mit dem church nicht mit dem schatten Jürgerts hat stupt auch schützt die FKT für die FKT Prozent zu hohen Kind Lerner hat er hat er haha ich kenne dich jetzt herrn erlassen wir doch mal so und wie läuft so wie läuft so mit einem panzer bist du sehr zufrieden alles gut erstmal den empfehler ram bergab oder hat funktioniert würde ich mal ganz gerade sagen hätte ich jetzt weg macht dann lache ich haben das war gehabt das habe ich ihm jetzt haben wir noch das kleine problem das sind noch ein art der acht und schärzen über sieben da steht noch wir haben so gut geschlussfeuert irgendwo hätte ich würde nichts als sechs suchen gehen mit 6 hp nene der hinten um diesen in noch der a und b linie auf 34 in der nähe beiden wollen die noch ja ich kann mal keinem von beiden durch aber ich mach das schon die hessen das sagen dann ich habe gerade zu geräuschen genau und gehabt wer voll geil in den ganzen zug dann kommt wenn man so ein panzer mit reist ich will auch noch einen kämpfer und einen 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 ach man ich wollte doch nur ein kämpfer 3 500 schaden ist ein bisschen wenig eigentlich aber okay noch mal 100 spotting damage ging eigentlich klar ja würde ich mal so glatt behaupten naja bezogen bis zum nächsten mal und oder für andere was ein da ja bis zum nächsten mal bis dann tschau